Die Operation des Grauen Stas ist die einzige Behandlungsoption beim Vorlegen eines Grauen Stas. Es gibt keine Behandlungsalternative. Den richtigen OP-Zeitpunkt kann man nicht wirklich definieren. Nach meinem Dafürhalten ist er dann gegeben, wenn der Patient selbst entsprechende Beschwerden bemerkt. Das kann manchmal sehr früh sein, zum Beispiel Blendung beim Autofahren in der Nacht. Allerdings kann manchmal bei einem schon etwas fortgeschritteneren Befund der Patient subjektiv noch beschwerdefrei sein. Dann kann man auch noch zuwarten. Das Endergebnis nach einer solchen Operation unterscheidet sich im Wesentlichen danach nicht. Ich lade Sie ganz herzlich ein, bei Ilese anzurufen. Unser Team kann Ihnen viele Fragen beantworten und Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Termin behilflich sein. Ich freue mich darauf, Sie bei Ilese begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf meine Richtung. Ich hoffe, es hat solo einen Jean-Laden-Gro junto an mit CERN-ZiLner. Ich freue mich auf einen schönen Wiss. Schprogram Die Krieg